Jo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Hör auf mich zu hauen, bevor du bist. Willkommen bei einer weiteren Folge Hör auf mich zu hauen. Bitch Slap! Diesen Typen hier, diesem Atta, und diesen Typen, der mich da vorhin gehauen hat, der Bebo. Und Stevie. Genau. Wir sitzen derzeit wohl irgendwo unterwegs in einer Höhle. Ja, dass wir irgendwo sind, das sehen die Leute. Ach, wirklich? Naja. Drogen, Drogen, Drogen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Sonst musst du mit mir... Nein, 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 nein. Hallo ihr drei, wie geht's euch? Gut, wer das dachte? Jetzt. Du kriegst du Schlager. Du Schlager. Du Schlager. Du Schlager. Du Schlager. Tschüss Toads. Tschüss. Hallo Baby. Ja, wir haben wieder drei Tose Leichen für dreimal Rüstung. Ja, lass das mal weitergehen. Hier sind nämlich noch welche. Du hast was kaputt gemacht. Oh, 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 Vagina! Was, Vagina? Ja, ich zünd sie gleich mal an. Vorsicht, sie kommt zu uns. Ich kümmer mich um die Kleinen. Ich kümmere mich um die Große. Boah, ganz knapp. Boah, hier ist das große Weg. Das meinte ich auch mit Vagina. Ich weiß nicht, die heißen so ähnlich. Virginia. Ja, aber die Sache ist halt, ich wollte gerade, dass sie den anderen angreifen. Und dann ist auch dieses Frisch auf einmal neben mir auch. Okay, ist es down. Hier ist aber noch ein weiteres. Was? Oh. Bei mir, ja, oh, sie wie. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich glaube, ich werde gerade mal hier auf ein anderes bisschen gucken, aber sonst sehe ich nix. Ich sehe auch... Ich bin da voll drin. Scheiße. Siehste Kinder, Schaden deinem Leben. Au, was hat mir den Weg getan. Leute, passt auf, Kinder, Schaden eurem Leben. Ich sag's immer wieder. Ist der Rüst schon weg, Webo? Nee, noch nicht ganz. Ja, genau. Ich treffe mich, aber er nimmt mich und zieht mir erst mal drei Rüstungen ab. Ja, leck mich. Boah, irgendwie häng ich hier. Oh, kack wie. Boah, jetzt haben wir ihn. Bam, 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 bitte bam, bam, bam. Du bist doch der Sohn deiner Eltern. Ist oft so. Wird doch gerade noch irgendwo einer. Fuck. Und kein Rüst mehr, das GEZ. GEZ? Was? Nein. Prisst das, du Fotze. Was? Sehr schön. Das ist down? Es ist down, ja. So bei... Hast du mal einer ein Feuer? Bitte? Ja, mach ich. Moment. So. Und... Hier ist noch einer. Oder? Oder war es gerade einer von euch, der mir vorbeigelaufen ist? Nee. Wo ist er? Ja, hier oben, bei der Kerze. Bäm, 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 bäm. Friss mein Stab. Kaum mir einen, komm. Sag ich doch. Willst du mit mir Feuer machen, dann... Brenne. Willst du mit mir Feuer machen? Ich möchte gerne Bewo anlachen. Okay. Äh, war das... Nee, wo waren die Dings? Du hattest noch drei Tore gleich irgendwo gehabt. Ja, ja, ich hole sie gerade. Hier bin ich ganz am Anfang. Ah, dann bin ich in die falsche Spalte reingerutscht, eben. That's what he said. Äh, irgendwie ist ich hier rein. Adler. So, dann haben wir uns mal die zwei... ...Dinge rein. Sehr schön. Ja, drauf stehst du, oder? Oh ja. Er ist mit dem Essen mit Lassert und Matsurki. Ich hab nur noch zwei Snacks. Ich hab noch neun. Alles Gute. Boah, ich brauch erst mal Knochen an was. Ich hab vier. Ich esse jetzt mal ein vorletztes Snack. Ach ja. Ist natürlich für die Zuschauer ein bisschen ärgerlich, dass es so dunkel war gerade. Aber es haben halt Höhlen so an sich mittlerweile. Ach, wirklich? Na ja. Das sind halt Höhlen. Jetzt ist halt die Frage, laufen wir hier erst mal gerade aus dem Raum weiter oder laufen wir schon irgendwo anders lang? Ich weiß nicht. Vor allen Dingen sollten wir auch den einen mal noch da drauf schmeißen. Ja. Da hab ich noch nicht gebrannt. Der Jürgen Brandt. Der Jürgen Brandt. Heiner Brandt. Heiner Brandt, ja. Ne, wo brauchst du einen, Stiwi? Ich hab einen Knochen zu viel. Jo. Danke. Bitte. Ich hab jetzt zwei Mutanten, zwei Knochen. Hier, wenn noch, wer einer will, ich hab auch noch einen. Ne, wo willst du? Nein. Ich nehm. Zieh, wie viel Rüstung hast du? Äh, zwei Stück fehlen. Äh, ich hab insgesamt fünf. Na, ich hab, ich hab halt vier. Passt schon. So, Herr Reiseführer. Wo geht's so lang? So. Da mach ich mir jetzt erstmal noch einen schnellen Überblick. Ich wollte eigentlich was trinken. So. Zack. So, ähm, ja, das zieht einfach doch mal hier ein bisschen gadaues weitergehen. Ja. Wir wirst ein paar Tote machen. Ah, die sieht aus wie Нав die tauchen müsste. Das muss man auch tauchen. Hm. Wooh! Klop, 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 Klop meant,alo. Quo mo 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 j Das ist der Herr! Der Herr ist kommt auf sich! Der grows accordingly! Der durchg Sicile! Majen going hole Die sophisticententen die building길 in kurz mà closer Dan Though! H shooter leicht! Der ist Mama auf mitt! ich habe ja ganz kurz projekten ich glaube da kann man klamotten alkohol alkohol oder luftflaschen schwarzbild ist kalt alte pistolen munition gesammelt ich will lieber neue haben kalt moderner bogen gesammelt jetzt wird mir erstmal wieder warm ey schieb mich nicht so rum hier naja du bist ein absteiger so oh Gott ja weiter ach ja die unterwasser experience ich weiß nicht wo es hier lang geht oder ob das hier vielleicht nur eine Sackgasse ist und wir wieder zurück tauchen müssen das war ein voodoo zaubern wir müssen tatsächlich wieder zurück und und dann müssen wir am ende erraten was die anderen gesagt haben ja das könnt ihr dann mal machen ja du so Leute jetzt gehts wieder alles gut es ist schon wieder kalt nein boi begin blicken blicken w Das stimmt mit euch nicht! So, weiter geht's! Herr Bademeister, wo wollen wir denn lang? Da lang! Ich hätte leider keine Trellerpfeife hier, sonst hätte ich voll reingepustet. Wir müssen uns was wie ein iPhone-User einblenden. Das ist ja ein wenig Flaschienengewehr! Das ist ja ein wenig Flasch. 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 Mein Name ist Chef. Hi Chef. Hi Chef, Sheriff. Der Devo ist der Dirty! Wir sind ja Gegners! Wo seid ihr? Wo? Ich bin geschlommen! Hä? Au! Ja, ich bin in das Loch reingeschwommen. Au! Ja, also blocken! Okay, jetzt wird Zeit! GONGONGINGURGAllASCHIKO! Ist ja! Die sind einfach an einem Subway-Trug hier vorbeigelaufen, und dann gehts noch weiter! Warum gibt es hier nur Rüstung, nur Rüstung, nur Rüstung, warum gibt es hier Rüstung? Ich bin blutüberströmt. Okay, ab ins Wasser. Und da bin ich reingesprungen, da geht es tiefer. Wie wollt ihr es? Ja, ja, ich habe es gesehen. Los, Tivi, noch ein paar tote Leichen. Wow, wir haben jetzt erst mal zwei Lagerfeuer. Ja, guck mal, wir haben Hunger, wir müssen nicht so weit schleppen. Energiespaßmaßnahmen. Energiespaßmaßnahmen. Naja, sag ich doch. Ja, globale Erderwärmung. Ja, und zwar hier bei The Forest. Ja. Ja, The Forest. Bei dem auch. Aber wo wollen wir jetzt hin? Schwimmen oder laufen? Wenn es hier weiter geht, würde ich sagen, erst mal hier weiter. Hier gibt es nämlich auch Kisten. Nichts. Wie Sie sehen, gibt es hier nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nicht. Hier gibt es nichts zu sehen, gehen Sie bitte weiter. Oh, hier ist Farbe. Ja, ja. Und hier musst du angucken. She is not dead, she is sleeping. Okay. Okay. Ja gut, sie schläft vielleicht. Aber wahrscheinlich wie immer. Wer weiß. Ich frag mich mit wem sie schläft. Mit dir. Nee. Ich bin eine eiserne Jungfrau. Was? Verstehe ich das? Nee, Leute. Ich bin tatsächlich durch das. Durch das Wasser. Okay. Auch Sie mitgebrüht. Miau. 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 Okay, Freunde. Aber bevor wir jetzt hier ins Wasser springen, beziehungsweise bevor wir sehen, was da unten da macht, dann würde ich sagen, wenden wir die Folge an dieser Stelle. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.